Können wir super eintauschen Es ist ein Priester Ja, so ein Teil Wobei, was hast du für Fähigkeiten? Weiße Magie und Mental Also, ja, die üblichen Sachen halt Tvorsnik Schild gibt Weisheit Das gibt aber Weisheit und Ausdauer Weisheit, Charisma und Intelligenz auch noch Das Teil wäre auch nicht schlecht Weil es gibt auch Intelligenz und Weisheit Das gibt allerdings mehr Intelligenz und Weisheit Kannst halt keine Hose tragen Äh, Resistenzen Nein, du kriegst das Teil Äh, Ringe Einen injizierten Ring Wäre die schlecht Noch einen injizierten Ring Nö Lehrlingsring, so Auf meinen Befehl Was genau auch immer ihr vorhabt Geht es los? Endlich wieder kämpfen Vorwärts Zwerge Das ist nämlich mal was ganz Neues, dass ihr hier angreift Feinde, zu den Bögen Auf mein Kommando Vorwärts Das ist doch was viel Neues Zu allem erschrieren los Wo zur Hölle wollt ihr hin? Oh nee, ey, Otter Lasst sie nur kommen Kampfbereit Wer ruft Das ist eine Falle Da oben ist wieder eine Zombie-Massenplage Kommt nur her Die Ahnen rufen uns Ich glaube, das kriegen die Verteidiger hin Wir schreien es auf euch, Jungs Aus dem Weg Aus dem Weg Mein Hammer wird nicht zermalmen Kampfbereit Kann man denn nie in Ruhe arbeiten? Die Aussage ist toll Nur zu Vorwärts Zwerge Wo ist der Feind? Zur Seite Zur Seite Ihr seid schwach Hinfort mit uns Das ist euer letzter Fehler Feinde Mein Bogen für die Rune Ich habe eine Heilerin verloren Geht es los? Mehr davon Los Ich höre Sie kreisen uns ein Das ist eine Falle Lasst sie nur kommen Hier sind wieder sehr viele Untritte Wir sind in Gefahr Zu allem entschlossen Los Was soll ich tun? Was soll ich tun? Rasch Ja? Die Rune ruft Die Ahnen rufen uns Lasst sie nur kommen Lasst sie nur kommen Kommt nur her Lasst sie nur kommen Das ist eine Falle Das ist eine Falle Meine Axt wartet schon Ich höre aus dem Weg Okay Eine normale Heilung 4 Also Heilerin haben wir schon Nachproduziert Wir haben einen Krieger Einen Elite Okay Geht es los? Oh, wir haben aus Versehen Elf Verteidiger Okay Oh, da ist noch eine Truhe Meine Axt wartet schon Endlich wieder kämpfen Ja Macht Platz Aus dem Weg So Warte, das könnte ich auch ebenso gut mit meinem Ich höre aus Ausstimmeln Oh, jetzt werden es langsam echt viele Die da rauswatscheln Ah, wo sind die beiden? Geht es los? Endlich wieder kämpfen Kampfbereit Mit festem Schritt voraus Ich könnte glaube ich noch einmal mit 3000 Nahrung könnte ich meine Bevölkerung erhöhen Ich höre Ah, da geht es rum Die Ahnen rufen uns Es sind zu viele Das ist euer letzter Fehler Ich höre Zu allen Menschen los Meine Axt wartet schon Auf geht's, geht es los? Kampfbereit Wohin soll ich gehen? Rasch wie der Wind Ich höre Aus dem Weg Zur Seite Okay Hier ist nichts mehr Das heißt wir können auch langsam da runter Ich höre Hinfort mit uns Werden wir darauf warten Dass unsere Armee sich sammelt Also ja, ressourcentechnisch sieht alles gut aus bei uns Es fehlt halt nur noch wirklich Nahrung Ich höre Aus dem Weg Zur Seite Macht Platz So Damit haben wir eigentlich Ruhe jetzt Gibt es Arbeit? Wer ruft mich? Hilf fort mit uns Die Diener der Nacht sind hier Lass sie nur kommen Meine Axt wartet schon Hier bin ich Die Ahnen rufen uns Das sind aber auch wieder viele Lass sie nur kommen Da kommen auch noch welche Feinde Zu den Bögen Ich rufe Die Ahnen rufen uns Aber ja Meine Abriss Jungs machen da ordentlich Das ist deine Falle Hier bin ich Wer hat die Todesquoten eigentlich fast keine Chance hier haben Lass sie nur kommen Lass sie nur kommen Lass sie nur kommen Lass sie nur kommen Wer ruft mich? Aus dem Weg Oh Zur Seite Tach Das ist deine Falle Hilf fort mit uns Nie teilst du mich rächen Hier bin ich Nur zu Ach und der Hinten tauscht Eine seiner Waffen Die Ein Schild ein Lass sie nur kommen Wer ruft mich? Feinde Zu den Bögen Macht Platz So Ach da stehen noch zwei Ah die kann mein Avatar auch erledigen Wer ruft mich? Und er hat eine Regenerationsaura Wir werden angegriffen Mehr davon Los Ich höre Aus dem Weg Oh hier ist auch wieder Ende Hilf fort mit uns Sie kreisen uns ein Ihr seid schwach Aus dem Weg